Unsere Reise hat uns zu dem gemacht, was wir sind. Unsere Wurzeln, das Made in Italy und unsere Erfahrung sind Teil unserer DNA. 1964 begannen die Brüder Bonetti ihre Arbeit. 1969 wurde Frabo gegründet. Heute, nach 50 Geschäftsjahren, entwickeln wir unsere Produkte mit Leidenschaft und Erfahrung weiter. Stets im Dienste der Innovation. Geräte neuster Generation und miteinander verbundene Anlagen für die Industrie 4.0 ermöglichen es uns, unsere Ziele in Bezug auf Technologie und Zuverlässigkeit zu erreichen. Jedes einzelne Produkt wird sorgfältig geplant und prototypisiert, um stets höchste Qualität zu liefern. Wir zeigen unseren Mitarbeitern jeden Tag unsere Wertschätzung, denn was uns besser macht, ist die ständige Aufmerksamkeit, die sie der Produktion widmen. Wir nutzen Photovoltaik und recyceln Abfälle. Für uns bedeutet Umweltschutz, sich selbst zu respektieren. Wir betrachten Weiterbildung als grundlegend für den Wissensaustausch und das Zusammenwachsen. Wir wollen in die Welt unserer Kunden eintauchen. Produkte auf höchstem Niveau, vom Wasser bis zur Heizung, vom Gas bis zu Industrieanlagen und darüber hinaus. Ein komplettes Sortiment, das alle Anforderungen an Verbindungstechniken, Materialien und Formen erfüllt. Wir stellen sicher, dass unsere Produkte in allen Bestimmungsländern zugelassen und zertifiziert sind und dass das Qualitätssystem von Frabo stets eingehalten wird. Das nächste Ziel ist der Neubau des Vertikallagers und des Logistikzentrums. Denn wir blicken in die Zukunft, indem wir unsere Lagerkapazitäten erweitern, um auf das stetige Wachstum zu reagieren und näher an unseren Kunden zu sein. 50 Jahre Geschichte mit Blick in die Zukunft Die Zukunft Die Zukunft Die Zukunft Die Zukunft